Der Schlachtensee ist der perfekte Ort, um sich im Sommer von der Uni etwas zu erholen. Wenn man nach seinen Kursen oder zwischendurch direkt hin will, dann einfach mit der U3 bis Krummelanke und ansonsten mit der S1 bis zum S-Bahnhof Schlachtensee. Man kann dann dort entweder direkt schwimmen gehen oder für den, der noch ein bisschen Sport machen will, gibt es auch Angebote zum Stand-Up-Paddling oder zum Routen auf dem See. Wer sich danach noch ein bisschen erholen will, gibt es natürlich auch was zum Essen, was man dort findet bei den Fischerhütten. Und da kommt eigentlich jeder auf seine Kosten. Aber drumherum mit dem Grunewald, das lohnt natürlich auch einen, sich einfach was zum Picknicken mitzubringen und dort etwas abzuschalten. Da der Schlachtensee bei den Berlinern recht bekannt ist, lohnt es sich hier natürlich auch früh hinzufahren, also vielleicht gleich mit Badehose zur Uni kommen und dann weiterfahren, können, denn die besten Plätze sind natürlich immer relativ schnell weg.